Die Winterferien neigen sich dem Ende zu und die dänische Königsfamilie hat wie viele ihrer Landsleute einen wohlverdienten Urlaub im Ausland verbracht. König Frederik, Königin Mary und ihre vier Kinder, Christian, Isabella, Josefine und Vincent, genießen ruhige Momente der Wintererholung. Traditionell genießt die Familie das verschneite Skifahrgnügen in Fabier in der Schweiz, einem Ort, der ihr sehr am Herzen liegt. In diesem Jahr kommt der Reise jedoch eine besondere Bedeutung zu, sie fand nur einen Monat nach der monumentalen Thronübergabe statt. In der Zeit nach der Thronbesteigung herrschte ein Registreiben, das durch den Arbeitsbesuch von König Friedrich in Polen geprägt war. Inmitten eines vollen Terminkalenders nahmen sowohl er als auch Königin Mary ihre königlichen Pflichten innerhalb der historischen Mauern von Amalienburg wahr. In Zeiten wie diesen ist es wichtig, einen Schritt zurückzutreten und sich zu erholen, wie König Frederik kürzlich in seiner Publikation Combeaut beschrieb. Während das Königspaar nach seinem Urlaub auf seine Rückkehr in den Dienst wartet, stehen in den kommenden Monaten zahlreiche Staatsbesuche und Reisen in Kommenweltsländer auf dem Programm. Das Bedürfnis nach Erholung wird durch die wachsenden Anforderungen an ihre Rolle noch verstärkt. In Kongiord reflektiert König Friedrich über die Notwendigkeit von Auszeiten, um diese neue Phase effektiv zu meistern, und betont, dass sich die Art und Weise, wie er und Königin Mary ihr berufliches und privates Leben miteinander verbinden werden, von der Herangehensweise von Königin Margrete unterscheidet. König Friedrich unterstreicht die Bedeutung solcher Pausen, insbesondere jetzt, da das Paar mehr Verpflichtungen als je zuvor eingeht. Auszeiten sind lebenswichtig, da Maria und ich wahrscheinlich einen noch volleren Terminkalender haben werden. Wir haben Interessen, die unsere Anwesenheit in verschiedenen Foren im In- und Ausland erfordern, schreibt er in der Zeitung Kongiord. In Anbetracht der gestiegenen Verantwortung werden die Winterferien mit Kindern nicht nur zu einem Moment der Muße, sondern zu einer entscheidenden Zeit der Entspannung. Der diesjährige Urlaub im Ausland verschafft der königlichen Familie einen kostbaren Moment der Erholung von ihren Verpflichtungen in Dänemark und bereitet sie auf die kommende arbeitsreiche Zeit vor.